So und damit darf ich euch herzlich Willkommen heißen zu einer weiteren Folge Let's Play Adventure Maps und da haben wir letztes Mal das Level da nicht geschafft haben also ich muss euch jetzt vorstellen da ist ein Sand das haben wir nicht geschafft haben wir uns jetzt einfach entschieden uns da durch zu Cheaten sage ich jetzt mal weil das würde einfach nichts bringen wenn wir da keine Ahnung 10 Folgen daran ver... gebracht hätten das zum Osterfinder wie das funktioniert jetzt schlussendlich und hier dann noch einen Block fangen gerade auf so und damit ist jetzt einfach glaube ich mal das hier das Zeug da anzünden die Wolle Oh ich brenne Natürlich Ich helfe dir warte ich komme Ok das sind jetzt zu viel im Fall Oh nein ich brenne noch Scheiße Ich wollte das... Nein ich bin wieder wieder Also ich habe wieder abzündet man persönlich Oh nein jetzt hör auf Das war nicht ich jetzt Das war nicht du? Nein ganz sicher nicht Du hörst wie du klickst Ja weil ich die... ah heftig geil da bin ich ach so jetzt hast du doch kein ding ist noch ja jetzt kann ich das hilft mir doch den block abzubauen egal zu zweit sind wir stärker ja tut uns natürlich leid aber kevin ist ganz klar also so jetzt sind wir hier okay noch mal da drauf so und jetzt warte mal kommst du drauf elegant elegant was ist da bei dir ist eine bahn bei mir auch eine bahn standen mal da drauf stellen wir auf die drückplatte tut sich das ja aber vielleicht jetzt da ist sie durchgefahren ja noch mal nein muss jünger wischen ich bekomme die nicht es gibt ja gar nicht hey ich habe eine gute idee drück noch mal ich muss bei dir drücken und du musst bei mir drücken ich hab's ich hab's ich nicht gewartet mann du musst gerade nach haus ja probier's einfach weiter schau mal in die richtung wo der wo der zug herkommt so quasi und probier's so mal ja ich habe es ich bin der king ich hätte eh zwei dinge gehabt okay was ist hier jetzt los einfach mal durchlaufen hey warte was tut sich hier für was ich werfe mal das eine papier weg weil das ist ja das habe ich noch vom letzten level sobald ich so eine druckplatte berühr schließt sich hinten das teil also kommt so ein kolben nach vor das wird ja glaube ich glaube auch so ne also die kam ja nicht aber was hat das jetzt vielleicht müssen wir gleichzeitig laufen stehe mal auf die seite wo ich stehe und auf drei laufen wir ganz nach vorne 1 2 3 vielleicht müssen wir beide mal den den dings gleichzeitig betätigen hier das ist immer noch für das ding wahrscheinlich also hier leuchtet es mal irgendwie irgendwie vielleicht rüber rutschen lassen irgendwie sowas ja ich habe es fast gepackt und ich glaube das ist doch das ziel ja verschießen ich hab's geschafft ok ich bin der king king marvin wie hast du das gemacht jetzt ich bin du darfst nicht direkt drauf werfen du musst es nach also ein bisschen nach oben werfen ja das mache ich schon wer sitzt unten nein nein ach komm schon soll ich helfen nee das kriege ich jetzt schon hin ich hole ihn anlauf hier ja mach ich auch jetzt aber ach ja ach ja ok was ich jetzt will ich den knopf betätigen muss jetzt drauf stehen oh scheiße es ist bei mir wieder raus hat sich bei dir eigentlich was getan nein dann hol es mal wieder raus irgendwie muss dann die lampe angehen da wenn wir das richtig gemacht haben glaube ich vielleicht mit mehr schmackes aber mehr hat funktioniert du musst mehr du musst wirklich das so richtig rein schmeißen halt so es muss ich sagen mal mehr nach unten flutschen ja so reicht es nicht also bei mir leuchtet es jetzt auf jeden fall und werfen dritter versuch jetzt schaut es gut aus ne hat immer noch nicht geklappt das licht muss angehen warum geht es bei mir nicht das hat bei mir am anfang auch nicht geklappt ne du mal so richtig rauf werfen so richtig nach oben schauen dein ernst egal egal so kevin bei dich mal ein bisschen wir sind schon bei sieben minuten bei 8 minuten lass das mal ein bisschen weiter flutschen man ne passt schon jetzt kriegst du jetzt schon noch hin nur nicht aufregen nur nicht aufregen Kevin der war scheiße ne ok warte mal ich lach dich jetzt so dermaßen dreckig auch schade so die seiten werden wieder getauscht so ah jetzt haben wir du hast jetzt lauter hebel vor dir ne nein steht bei dir irgendwo ein schild nein ja aber ich hab wirklich überall hebel aber bei dir ist kein schild ne nein ok ich schätze mal die grünen müssen wie wie sind alle sind alle nach unten gell alle nach oben alle nach oben hm dann sage ich dir jetzt bei mir also bei mir ist ein creeper kopf oder da ist grün und schwarz ich sage dir einfach mal die schwarzen an wo die sind und dann legst du die quasi um ne ja also geh mal so an die an den start so hier ganz nach vor und jetzt gleich von dir aus links unten ja so ok ja ne noch nicht betätigen von da gehen wir jetzt aus und du läufst dann immer so so rüber und kontrollierst quasi die unterste reihe dann die nächste reihe so also die unterste reihe ist alles grün dann kommen wieder zur tür vor ja der erste ist grün ja die nächsten zwei sind schwarz die nächsten zwei sind wieder grün und die nächsten zwei sind wieder schwarz ja ja so dann ähm bei der nächsten oberen reihe genau dasselbe nochmal mal und jetzt so jetzt ähm die ersten 1 2 3 sind grün dann in der mitte die zwei sind schwarz und weiter das war's die nächste reihe die ersten zwei sind grün dann sind 1 2 3 4 in einer reihe schwarz schwarz bis jetzt bei der zweiten letzten reihe bis jetzt bei der zweiten letzten reihe ja das müsste die hier sein die ersten zwei auf der seite sind grün ja dann eins schwarz ja denn die in der mitte sind wieder grün und dann nochmal eins schwarz und oben funktioniert so jetzt pass mal auf ich zünde mich an ja mach mal ein bisschen oh hä oh warte ok sofort runter ne ich muss auf den hier oder jetzt auf den dann ja geh drüber ne das ist falsch ne das ist da oben ne so schnell du musst auch schnell machen ok ok so mach dich bereit na man das Problem ich muss nach vorne schauen und nach links wenn du da drauf gehst ne ähm ich sag jetzt wenn ich von dem einen runter geh und dann machst du dich quasi schon bereit ne ja jetzt 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 muss ich auf den jetzt scheiße aber das war der richtige ne ja so nochmal kevin bitte nicht die lust verlieren jetzt scheiße es hat nicht funktioniert das war mein fehler sorry ok ok jetzt also was sollten das man oh man ok ok jetzt jetzt sauber und bleib mal da stehen bleib mal da stehen bitte tu nochmal bleib auf dem stehen und jetzt sag jetzt wenn du runter gehst jetzt du musst dann auf den nächsten jetzt jetzt ja ja ich habe ich habe hunger ich kann nichts ich kann nicht mehr sprinten jetzt jetzt ok jetzt ich habe es geschafft will ich zu hoffen so jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder ein level man beziehungsweise so ein checkpoint ich habe echt hunger kannst du nicht mehr rennen doch man man hat hat nimmst chillig man kenn das thema aus nein 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 darfst du brennen warte ich kann alles nochmal zurücklaufen alte kevin aber du müsstest eh überall durchlaufen können ja oh scheiße bring was du essen mit oh shit oh shit oh shit nix nix ehhhhh 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 soo ehh ne kannst du wieder zurückkommen wieso scheiße man wieso weil das hier nicht weiter geht ja dann gib dir schnell den game mode man ok selbst ehhhhh 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 so ich gebe mir gleich mal notfalls ein Apfel den ich jetzt aber noch nicht essen werde nein kein Apfel oder Fleisch kein Apfel doch das muss ich jetzt machen nein ich werde es nicht essen ne nur falls es dann wirklich so ein Level gibt wo ich dann äh quasi sprinten muss und dass ich wo ich dann halt nicht sprinten kann wegen dem hunger dann esse ich das sonst werfe ich das wieder weg schreibt mal drauf ich habe auch noch nur zwei herzen ne wenn du sterb früh man man kann du musst doch in den schlitz rein jetzt jetzt ich okay tu normal man alter kann jetzt hör mal auf ohne witz so ist echt nicht witzig man es ist generell witzig ja ja mach das komm ja ich kann nicht mehr rennen oh ich habe nur noch ein Herz so Leute das muss ich jetzt machen kein normal hier nur noch ein Herz man ja wenn ich jetzt habe falsch bist du oder so tot du musst was essen Hanja das gibt's ja nicht das gibt's ja was war das jetzt man 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 ich mach mal kurz was ok schaff das mal ok ja so wir nehmen wir schon 17 minuten auf du bist gleich oft gescheitert wie ich das ist mir egal also ich kenne bei so einem scheiß echt aus ich hause es was machen wir denn immer für folgen 20 minuten gell ok wir sind jetzt gehst du schlafen ich kann jetzt scheiße so ja sehr viel kuchen für kevin ja so ein feuerzeug dann dann würde ich jetzt nicht da rein werfen warum wieso bekomme ich jetzt kein feuerzeug hast du zwei nein hallo warte t slash game mode eins ich gebe dir schnell das feuerzeug ok das ist ja unfair liebe leute das könnt ihr eine bringen das könnt ihr eine bringen so dann machen wir das schnell ein level das geht sich noch aus wir haben nur zwei minuten scheiße alter mach schnell sonst gehst du einen schlag mitten auf die nase scheiße so danke also los geht's kevin auf die plätze fertig feuer los man sprinten get ready oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße was sind wir fuck was soll er scheiße denn wir das abbauen im sand ich weiß nicht ich hab's gemacht ich hab's gemacht oh hier sind Pfeile ich sammle sie ein Pfeile Pfeile warte manchmal hier hat sich gerade etwas geöffnet wohin ah schau mal was das sind ab und zu gehen die dinge hier rauf und da können wir dann so ein knopf drücken mach dich mal bereit da so ein knopf zu drücken ja da ist vorhin auch was aufgegangen da oben deswegen warte ich mal ok hier kann ich aufwarten hier jetzt hast du eins gedrückt oder mach schon den dann mach ich den oh man oh man halt hier schlafer ich hab den knopf gedrückt ich nicht versehentlich hier ist auf jeden fall überall lava ne also aufpassen jetzt warten wir ein bisschen bis die nächsten aufgehen irgendwie gehen immer die gleichen auf ne ok wir haben schon vier mal irgendwie da gehen immer weitere lichter an ich hab überhaupt keinen plan was wir machen müssen oh man ok irgendwas haben wir jetzt auf jeden fall da ich auf jeden fall was ich bin ich bin ich bin schon und ich bin da war warte wie kann dir so was spaß machen alte kevin jetzt mach einfach nur mal man auf jeden fall ist da jetzt auch ein dings da hat mir weh getan vielleicht muss ich mal geht da auch ein knopf auf so ja wo drückst du die ganze zeit ich hab von da gedrückt und jetzt es gibt nichts auf jetzt sind es sind ja ja fuck get ready get ready cuz this really is the hardest test okay jacks mit mann drücken wir beide gleichzeitig doch gewissheit getan da sind zwar weg gegangen da drüben sind zwei zu dazu gekommen was da sind zwei hier sind drei und da drüben sind zwei wir das ganze noch mal ich check ich blicke überhaupt nicht durch die nacht er hat jetzt sind auf jeden fall alle lichter an zweite mal reingekommen sie irgendwie hier etwas muss man jedoch machen nein es geht drücken es geht hallo alter was ist das wir sind weiterkommen müssen weiterkommen khan kommt kredit kredit Danke für Spiel Mehl bei Ist schon fertig oder? Steh mal da drauf Ich glaub irgendwie das steht TN Was TN? Dahinter steht TN Wo? Dahinten hey ich hab gedacht 150 level drauf schauen wir wissen hier endlich zu ende ja nee das kann sie nee das kann gar nicht sein weil jetzt warte mal da draußen habe ich vorher ich habe vorher mal das ausgeschaut und das sind teilweise level dort waren wir ganz sicher nicht zum beispiel hier irgendwas das muss ja auch nicht das sein und kann da was das alles ist da haben wir ganz ehrlich das ende erreicht irgendwie entweder sind wir irgendwie so den falschen weg gegangen aber das kann ich mir nicht vorstellen oder hier muss irgendwie hat der kevin man hört jetzt mal auf eine bitte hier schauen teilweise kleine kinder zu ja liebe leute wir werden jetzt mal schauen ob das ihnen fehl war was wir hier durchgemacht haben oder ob es hier wirklich schon zu ende ist das kann ich mir allerdings nicht vorstellen auf jeden fall verabschiede ich mich jetzt schon mal ich sag mal komplett von diesem projekt sollte es weitergehen dann werden wir natürlich noch eine weitere folge machen aber bis dahin auf wiedersehen und haut rein ja warte mal warte mal hier geht es weiter ja hier geht es weiter hier geht es weiter ok liebe leute es gibt noch mehrere folgen aber ich glaube das war wirklich nur so eine verarsche könnte ich mir vorstellen allerdings ist es auch so dass es hier irgendwie nicht weiter geht doch schau mal an schau mal an schau mal an die krüppel die legen uns rein da bist du da also kommt daher kommt daher ist ja hier du trottel ja da müssen wir dann unter springen oder hast du das daher gemacht ja dann ist das extra so liebe leute bis zur nächsten folge und haut rein tschau 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 tschau